Ey, wer grunzt denn da? Hallo! Guten Morgen, Schinken! Du sitzt schon am Frühstückstisch! Hast du Hunger? Möchtest du ein bisschen Schinken fressen? Oder soll ich dir vielleicht was holen? Okay, hier, hast du zwei Gemüsesuppen für dich zum Frühstück? Lass sie dir schmecken! Stimme, Schiss! Ahoy! Mein Name ist Easy Cheesy und damit herzlich willkommen zu einem Brand-Neuen-Video! Meine Damen und Herren, das war eine sehr gefährliche Aktion, aber die hat sich gelohnt, denn wir befinden uns hier gerade auf meinem wunderschönen Baum. Ja, ich habe einen echt tollen Baum, Freunde. Das ist der beste Baum, den es jemals gegeben hat, ja? Okay, und ich habe nämlich nicht nur einen Baum. Warum ist hier eine Leiter an meinem... Hab ich da einfach einen Zaun? Warum ist hier einfach... Warum ist da ein Zaun an meinem Baum? Was macht der da? Hä? Ich glaube nicht... Hab ich den da hingemacht? War ich das etwa? Kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Okay, nicht schlimm. Okay, Freunde. Was ich euch nämlich zeigen wollte, hier an meinem Baum, beziehungsweise um meinem Baum herum, hat sich so ein bisschen was getan, denn ich habe hier nämlich noch überall auf der Welt ganz, ganz viele andere coole Flüchte gesammelt. Genau, Freunde. Ich habe Flüchte gesammelt. Kann jetzt nicht nirgends sprechen. Zum Beispiel diese wunderschöne Avocado, Leute. Ich liebe Avocado. Freunde, in der letzten Folge von Minecraft Maus ist mal wieder so einiges passiert. Ich war nämlich mit Emma unterwegs und Emma hat mich im Nether mehr oder weniger gerettet und ich habe Emma auch gerettet, denn sie ist im Block gepackt. Die kleine, arme Biberin. Hier ist ein Block gepackt und da haben wir ihr das Leben gerettet. Aber darum ging es eigentlich gar nicht in der letzten Folge, denn wir wollten nämlich eine Quest machen. Und zwar, da haben wir es. Stelle alle Tränke her und verschenke einen jeder Sorte. Und dafür mussten wir in den Nether gehen, um nämlich die Sachen dort zu sammeln, um eine Lohnroute zu bekommen und eine Gasträne und so weiter. Und das haben wir getan, Was ich leider dummerweise vergessen habe... Äh... Äh, lass mich durch. Wo ist denn mein Haus? Da, okay. Was ich leider dummerweise vergessen habe, sind nämlich die Netherwarzen gewesen. Deswegen musste ich leider nochmal zurück in den Nether, aber das geht ja mit unseren coolen Netherpads. Genau, und habe mir dann hier Netherwarzen geholt und die auch gleich angebaut. Und wir haben tatsächlich es geschafft, alle Tränke zu brauen, Freunde. Einige Sachen habe ich geschenkt bekommen dafür vom Levi, vom lieben Levi, die ich noch nicht so hatte. Äh, aber wir haben es geschafft, alle Tränke zu brauen. Das bedeutet, wir haben den Direktheilungstrank, Regeneration, Unterwasseratmung und so weiter. Ich schnapp mir jetzt mal gleich einen jeder Sorte, denn ich würde gerne in dieser Folge... Alter, mein Inventar hat sich gerade automatisch sortiert. Wie cool ist das denn? Ja, nice. Ich würde nämlich gerne heute mal zu Emma oder Levi vorbeischauen und denen einen Trank abgeben, jeder Sorte. Ne, Schinken, willst du mitkommen? Grunz, genau, Grunz. Du bist super, ehrlich. Okay, Leute. Aber ich würde sagen, Levi war so nett und hat uns einige Materialien dafür gegeben. Dafür können wir auch dem lieben Levi was von den Tränken abgeben, dass er auch ein bisschen was davon bekommt. Aber das sind nicht alle Quests, die wir heute abhaken können, denn vorab gibt es noch eine andere Nebenaufgabe, die wir erfüllt haben. Denn ich war ja viel unterwegs und ich habe es tatsächlich geschafft, alle Gärten zu sammeln. Heißt also, Frostigergarten, Trockenergarten, Tropische, blablabla. Alle Gärten sind am Start. Das bedeutet für uns, dass wir hier im Questbook die nächste Aufgabe, nämlich, wo haben wir es? Da Sammler alle Gärten abhaken können. Perfekt. So, das bedeutet, Kernaufgaben bleiben uns jetzt noch fünf Stück und Nebenquests haben wir noch so einige zu erledigen. Aber, Freunde, wir wollen heute mal Sammler alle tränken. Oh, ich habe schon richtig, ich habe meinen Bogen sogar mit hier. Der ist gefährlich. Oh, ich hoffe, ich habe keinen Schmetterling getrunken. Ich hoffe auch, dass ich keinen Schmetterling getrunken habe, Leute. Das wäre nämlich auch nicht so. Ich glaube, Schmetterlinge kann man hoffentlich nicht trinken, oder? Mrs. Butterfly, kann man nicht trinken? Schmeckst du gut? Lieber nicht, ne? Aber, Leute, lasst uns dann doch mal zu dem lieben Levi gehen, dem süßen Pinguin. Der hat das echt verdient, dass wir dem mal ein paar Tränke... Wer ist das? Wer ist da? Ach du, ach du Heilige. Ach du Heilige. Oh Gott, Leute, Leute, Leute. Nein, nein. Das war der Bär. Das war der Bär. Oh Gott, schnell in den Baum. Ganz schnell. Ich habe gerade so ein Herzrasen. Ach du grüne Neune. Nein. Okay, lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein. Was machen die denn hier? Oh Gott, du hast mich so erschrocken, Schinken. Schinken, geh mir aus dem Weg. Schinken, lass mich hoch, lass mich hoch, lass mich hoch. Lass mich hoch. Okay, wo sind die? Wo sind die? Da unten. Ach. Okay. Nein, die Schlange. Die Schlange. Und das Schwein. Was schreiben die? Ich habe gehört, sie soll in dem Baum bei der Füchsin wohnen. Und wo ist der Eingang? Oh mein Gott. Wer hat die... Das weiß ich nicht. Nein, 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 nein. Oh Gott, die sieht mich. Achtung, Achtung. Oh Gott, suchen die jetzt nach mir? Nein. Woher wissen die das? Was sagt der? Was sagt der? Was sagt der? Dann lass uns nach ihr suchen. Ach du... Oh Gott, Schinken, 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 Schinken. Wir müssen weg hier. Wir müssen ganz schnell weg. Wir müssen raus aus dem Baum. Die kommen jetzt hier rein. Die kommen jetzt hier rein. Ach du Sch... Oh Gott, wenn die das sehen, wenn die sehen, wo ich bin. Leute, was soll ich denn nur machen? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte. Ich habe irgendwo, ich habe irgendwo noch einen Trank. Ich habe einen Trank der Unsichtbarkeit. Okay, ganz schnell. Ganz schnell. Okay, Leute, wir müssen richtig... Oh Gott, was soll ich... Wir müssen raus hier. Wir müssen raus hier. Wir müssen so schnell hier raus, wie noch nie jemand irgendwo rausgegangen ist. Nein, dann wissen die, dass ich hier war. Dann wissen die, dass ich hier war. Okay, lasst uns ganz schnell hier verschwinden. Ganz schnell. Oh nein, wir müssen Spaghetti retten. Ich hole mir jetzt noch ganz schnell einen Unsichtbarkeitstrank. Wo haben wir ihn? Wir brauchen den. Wir brauchen den Unsichtbarkeitstrank. Und eine Rüstung haben wir dabei. Wo sind die? Oh Gott, nein, was brauche ich denn? Was brauche ich denn? Okay, warte mal. Nein, brauchen bin ich. Was war das? Habt ihr das gehört, Leute? Nein. Die Kuh? Nein. Oh mein Gott. Nein. Nein. Bin ich unsichtbar? Ich bin unsichtbar. Ich bin unsichtbar. Oh mein Gott, wir dürfen keinen Ton machen. Kommen die jetzt hier rein? Kommen die jetzt hier rein? Bitte. Nein. Da ist das Schwein. Nein. Was machen? Die Schlange. Die Schlange. Die Schlange ist da. Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sie sucht mich. Sie weiß, dass ich unsichtbar bin. Weiß sie das? Nein. Geh weg. Geh weg. Sie weiß es nicht. Sie weiß es nicht. Sie weiß es nicht. Oh mein Gott. Was macht sie? Wie lange sind wir noch unsichtbar, Leute? Sechs Minuten, okay. Ich stelle mich jetzt einfach hier an die Seite. Was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Wo sollen wir hingehen? Wir müssen Spaghetti retten, Freunde. Wir müssen Spaghetti retten, unbedingt. Aber ich muss auch, ich muss noch meine Sachen mitnehmen. Ich kann doch nicht komplett ohne Sachen hier verschwinden. Alles, was ich mir erfarmt habe. Alles soll hier bleiben, oder was? Mein Gott, meine Haustiere, meine Pets. Kommt, Leute, wir haben jetzt hier Haustiere. Wir haben unsere Haustiere. Okay, wir haben nicht mehr... Nein, da ist jemand. Da ist jemand gerade eine Leiter hochgeklettert. Wo sind die? Hört ihr die? Wir müssen so aufpassen. Ist hier einer? Nein, da läuft der Bär. Da ist der Bär. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Geh von mir weg, geh von mir weg, geh bitte von mir weg. Wir sind... Wir sind... Da ist die Schlange. Okay, da ist die Schlange wieder. Nein, lass mich in Ruhe. Bitte. Ich bin nicht da. Sie geht an mir vorbei. Okay, was machen die? Die suchen nach mir. Da sind sie. Da sind sie. Sie scheint nicht... Sie scheint nicht... Hier zu sein, Kanast. Billo Gundu, stellt euch draußen auf eure Posten und wartet auf sie. Nein. Wir töten sie, wenn sie zurückkommt. Die denke ich, bin ich hier. Oh mein Gott, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Die Schlange kommt gleich wieder hierher. Die Schlange. Wir müssen Spaghetti retten, Freunde. Wir müssen Spaghetti retten und wir müssen auch das Pegasus retten. Das Ali-Horn. Kommt sie? Kommt sie? Wo ist die Schlange? Wo ist die Schlange, Freunde? Ist sie weg? Oh Gott sei Dank kam die die Tür aufgelassen. Die haben hier alles aufgesprengt. Wie viel Unsichtbarkeit? Vier Minuten Unsichtbarkeit. Schnell weg mit dem Graskorn. Wo sind sie? Da ist die Kuh. Wo sind die alle hin? Da ist das Schwein. Da ist das Schwein. Okay. Da ist das Schwein, aber wo sind die anderen? Okay, bevor wir hier irgendwo hingehen, wir müssen rausfinden. Wir müssen rausfinden, wo die anderen sind. Die haben sogar die Bäume hier gesprengt. Wo ist die Schlange hin? Leute, wo ist die Schlange? Okay, Spaghetti, komm, 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 schnell. Oh Gott sei Dank. Ihr lebt noch. Gott sei Dank, ihr lebt noch. Okay, kommt einfach mit. Kommt jetzt mit so schnell ihr konnt. Spaghetti los. Tomatensauce auch. Los, kommt. Okay. Ich weiß nicht, wo die anderen gerade sind. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen jetzt rein. Oh Gott, einer hat die Tür geschlossen. Einer von denen hat die Tür geschlossen. Die sind hier drinnen. Beeilt euch, bevor die euch irgendwie erwischen. Ich weiß nicht, wo die sind. Kommt schnell mit. Kommt schnell mit. Oh Gott. Aber wir müssen. Kommt mit. Kommt mit. Spaghetti los. Kommt zu mir. Nice. Okay. Spaghetti ist da. Spaghetti setze ich hin. Tomatensauce auch. Ich hole jetzt noch schnell unser Pferd. Und dann hauen. Okay, da ist es. Da ist es. Da ist es. Ali Horn. Wie viel Unsichtbarkeit haben wir noch? Drei Minuten. Okay, Leute. Drei Minuten. Nein. Nein. Da ist die Schlange. Da ist die Schlange. Okay. Wie sollen wir an der vorbeikommen? Sieht man mich? Nein, man sieht mich nicht. Okay. Ich habe keinen Sattel. Oh Gott, Leute. Wir müssen noch schnell. Wir müssen noch ganz schnell einen Sattel holen. Ich will. Ich will unser Pferd nicht mit der Schlange alleine lassen. Ich weiß nicht, was die macht. Leute. Ich weiß es wirklich nicht. Freunde, wir haben einen Sattel. Okay. Spaghetti und Tomatensauce sitzen noch hier ganz in Ruhe. Alles okay. Alles okay. Wir dürfen uns nicht sehen lassen von der Schlange. Wir dürfen uns nicht sehen lassen. Okay. Komm her. So. Schnell. Sattel rauf. Okay. Wir sind. Sieht sie uns? Sieht sie uns? Okay. Was? Stopp. Aber. Oh. Wir. Okay. Okay. Die Schlange lässt uns nicht durch. Au. Au. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Okay. Nein. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Okay. Leute. Ähm. Wir bringen dich. Wir bringen. Du kommst da nicht durch. Oh mein Gott. Was sollen wir denn jetzt machen? Okay. Wir verstecken dich. Okay. Komm her. Komm her. Komm her. Du bleibst jetzt einfach hier in der Ecke. Okay? Du bleibst jetzt hier in der Ecke und wir kommen dich holen. Wenn die Schlange weg ist. Bleib einfach. Bleib da in der Ecke. Bleib in der Ecke. Lass dich. Nein. Wir haben noch zwei Minuten. Jetzt bleib doch da in der Ecke. Bleib einfach hier stehen. Bleib doch einfach hier. Wir müssen. Okay. Warte. Leute. Wir bauen jetzt hier auf. Wir bauen jetzt hier auf. Ganz schnell. Okay. Komm. So. Du kommst da nicht rein. Du kommst da noch nicht rein. Wir müssen uns richtig. Wir müssen uns so sehr beeilen gerade. Du kannst hier atmen. Okay. Ich verspreche dir, ich hole dich raus. Aber versteck dich bitte. Versteck dich einfach. Ich mach dir auf. Okay. Ich mach dir auf. Aber bleib hier. Bleib einfach hier. Wie lange haben wir noch? Wir haben noch eine Minute. Leute. Wir haben noch eine Minute Unsichtbarkeit. Da vorne steht die Schlange immer noch. Lasst uns bitte. Lasst uns einfach verschwinden. Ich muss hier weg. Wir müssen hier weg. Spaghetti muss weg. Tomatensauce muss weg. Ihr lebt noch. Gott sei Dank. Okay. Kommt mit, Leute. Kommt mit. Kommt einfach mit, Freunde. So. Seid ihr bei mir? Seid ihr bei mir? Levi hat mir nämlich einen Tunnel. Gebaut, Leute. Levi hat einen Tunnel für uns gebaut. Spaghetti und Tomatensauce sind da. Und da müssen wir jetzt lang gehen. Hier unten. Genau. Den finden die niemals. Den finden die niemals. So. Okay. Gott sei Dank können die sich teleportieren. So. Wir nehmen uns jetzt schnell ein Boot. Kann ich das hier reinsetzen? Okay. Perfekt. Perfekt. Und jetzt müssen wir hier unten lang fahren, Freunde. Unsichtbar. Ach, du lieber Himmel. Wie soll das denn funktionieren? Oh mein Gott. Ist das schwer. Oh. Wir sind sicher. Spaghetti und Tomatensauce sind da. Unser Pferd ist in Sicherheit. Aber wir haben alle unsere Sachen verloren. Fast alle. Wir haben das Questbook. Okay. Wir haben das Questbook. Das ist gut. Was sollen wir machen? Ey. Wir müssen sofort zu Levi. Wir müssen Levi warnen. Nicht, dass sie auch noch zu ihm gehen. Oder vielleicht schon bei Levi warnen. Okay. 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 Spaghetti. Tomatensauce hat sich abgeschüttelt. Nice. So. Wir gehen jetzt lang. Warte mal. Hier scheint ein Schalter zu sein. Okay. Perfekt. Aua. Okay. Die Hunde kommen ja eh mit. Wir müssen zu Levi. Wir müssen Levi warnen. Levi. Hallo. Levi. Levi. Nein, nein, nein. Nicht die Hunde. Nicht die Hunde. Tut euch nicht weh. Kommt her. Ist Carsten hier irgendwo? Oh. Da vorne sehe ich Carsten. Carsten, du musst weg. Wir müssen alle weglaufen. Und Gary, du auch. Leute. Wir müssen weg von hier. Die Schlange kommt. Levi. Hallo. Levi. Die Schlange ist da. Hilfe. Levi. Wir müssen fliehen. Ganz schnell. Bitte. Ich habe gerade furchtbar geschrieben. Aber lass uns weg. Levi. Wir müssen weg. Wir müssen weglaufen. Oh mein Gott. Nein. Ja, los. Okay. Komm. Komm. Levi. Wir müssen fliehen. Bevor die Schlange zu dir kommt. Bitte. Das ist schrecklich. Ja, jetzt. Komm doch. Komm. Lass uns weg hier. Levi. Jetzt komm doch mal. Ruf du schnell den Spielemeister. Wie soll ich denn bitte den Spielemeister rufen? Oh Gott. Ich bin nicht mehr unsichtbar, Freunde. Ich gehe immer warnen. Du gehst Emma warnen. Wir müssen Emma warnen. Du hast recht. Wir müssen Emma warnen. Wenn die wissen, wo ich wohne, dann wissen die auch. Dann wissen die auch, wo Emma wohnt vielleicht. Okay. Okay, Levi. Aber wie soll ich den Spiele... Gott, Levi. Wie soll ich denn den Spielemeister rufen? Warte doch mal. Levi. Das ist nicht sein Ernst. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Tomatensauce. Wo ist Spaghetti? Ist Spaghetti noch hier? Spaghetti sitzt noch hier. Wie soll ich denn den Spielemeister rufen? Wie ruft man denn den Spielemeister? Was soll ich denn jetzt machen? Spielemeister! Hilfe! Die Schlange ist da! Spielemeister! Hallo! Spiele... Meister... Meister... Hilfe! Hilf mir! Spielemeister! Oh mein Gott. Der Spielemeister hat uns erhört! Wo sind wir hier? Ey, wir sind hier... Spaghetti! Oh, Spaghetti! Du bist auch da! Und du kommst da nicht raus, ne? Äh... Ja, dann schwimm weiter! Warte mal. Kann ich dir irgendwie helfen? Tio? Äh... 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 So, oh Gott sei Dank. Jetzt ist Spaghetti in Sicherheit. Und Tomatensauce auch. Leute, und Schinken ist auch da! Wie nice! Oh mein Gott. Wir sind einfach gerade... Ich glaube, wir sind beim Spielemeister. Aber ey, ganz ehrlich... Das sieht gefährlich aus. Oh mein Gott. Als ob der uns hier einen Jump'n'Run gebaut hat, oder was? Ey, das wird richtig heavy. Ohne Witz, Mann. Das sollen wir jetzt schaffen, ohne runterzufallen. Okay. Wisst ihr was? Ihr bleibt hier. Ich baue euch nachher eine Brücke. Und, äh... Ich versuche es jetzt alleine. Ich möchte... Oh Gott. Ich möchte nicht sterben. Bitte, okay. Leute, drei, zwei, eins. Okay. Sprung Nummer eins ist geschafft. Okay. Nummer zwei. Leute, mir flattert gerade so das Herz. Drei, vier. Okay. Der fünfte Sprung, Leute. Okay. Auch geschafft. Der sechste. Nice. Der siebte. Und das schaffen wir. Der letzte Sprung, Freunde. Schaffen wir es, ohne zu sterben? Ah! Wir haben es geschafft! Oh mein Gott. Wir haben es geschafft! Geht's dir gut? Oh Gott. Hier ist der Spielemeister am Brustgundelfeld. Okay, Freunde. Wir sind hier in Sicherheit. Wir sind beim Spielemeister gelandet. Als ob, ey. Der hat ja eine richtig geile Burg. Der hat ja ein richtig geiles Schloss, ey. Das ist ja der Hammer. Alter. Und so viele Inseln. Vielleicht geht's hier rein. Warte mal. Oh, da steht er. Da steht am Brustgundelfeld. Da steht am Brustgundelfeld. Vielen Dank.